Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rundenwanderweg auf meinem Kanal. Ich mache heute wieder eine kleine Runde. Diese Runde ist 5,8 Kilometer lang, dauert ungefähr anderthalb Stunden. Der Start ist das neue Dekoraktivzentrum Heimer-Reibener. Und ich will einfach mal sagen, let's go und viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.